Alte Liebe rostet nicht, jedenfalls scheint das bei Kathy Hummels, 34, der Fall zu sein, wenn es um Ex-Ehemann Mats Hummels, 34, geht. Kathy Hummels. Wie sehr hängt sie noch an Mats Hummels? Liebe Männer dieser Welt, wer mein Herz erobern möchte, sollte eines wissen. Ich liebe Crunchy Broccoli, tönte Kathy Hummels noch vor wenigen Tagen auf Instagram und gab ihren Fans so den perfekten Flirt-Tipp. Dass sie bereit für einen neuen Partner ist, machte die Influencerin schon öfter deutlich. Doch ist dem wirklich so? Anscheinend nicht, denn in ihrem neuen Podcast Shitstorms mit Matze Knopp redet Kathy fast pausenlos von ihrem Ex-Mann Mats. Ich bin so froh, dass ich endlich wieder einen Mats-E an meiner Seite habe, erklärt sie lachend zu Beginn der Aufnahme. Als ihr Moderationskollege sie dann auf das erste Thema des gemeinsamen Jahresrückblicks, die Fußball-WM, anspricht, nutzt sie erneut die Gelegenheit, um ihren Verflossenen zu erwähnen. Für mich war die WM kein Highlight des Jahres. Wäre Mats dabei gewesen, wäre es natürlich etwas anderes gewesen. Okay. Wünscht Kathy sich insgeheim ein Liebeskomme-Back. Am Ende folgt dann der peinliche Abgang. Es hat Spaß gemacht mit dir, mein Schatz, mein Mats-E. Hilfe! Kathy scheint wirklich nicht von Mats loszukommen. Aber das ist auch kein Wunder, denn danach urlaubte das frisch geschiedene Paar mit Sohn Ludwig in Dubai. Wie sollen sie sich so voneinander befreien? Wie sollen sie sich so voneinander befreien? Wie soll sie sich so voneinander befreien? Untertitelung. BR 2018